Ich meine, woher weißt du, wenn du frierst? Oder ein Song dir gefällt? Es gibt viele Songs, die mir gefallen. Manche gefallen mir nur eine Nacht lang, manche gefallen mir besser als andere und manche gefallen mir so gut, dass es weh tut, dass ich sie nicht mehr anhören kann. Und manche möchte ich nie wieder abschalten. Über Liebe und Musik zu sprechen ist nicht gut. Für solche Dinge gibt's keine Worte. Faule Ausrede. Die Worte nicht zu finden, heißt nicht, dass es keine gibt. Also, woher weißt du jetzt, was Liebe ist? Willst du wissen, ob ich dich liebe? Willst du hören, wie ich es ausspreche? Dir schwöre? Ich will wissen, was genau du meinst, wenn du Liebe sagst. Du, ich... Ich will dich einfach jede freie Minute bei mir haben. Ich will dir meine Welt zeigen. Ich finde dich hübsch. Sexy. Und natürlich intelligent. Aha. Immerhin an dritter Stelle. Wenn ich um 16 Jahre alt war, meine Freundin gab mir Sense und Sensibilität als VHS. Und ich würde es sehen, immer wieder und immer wieder. Ich wusste das ganze Film von mir, und ich wirklich absolut lief es. Und wenn ich in New York war, ich war auf die Straße, und ich sah Kate Winslet. Und ich ging auf sie und sagte, ich habe absolut lief es in diesem Film. Und ich weiß das ganze Film von mir, und sie sah mir aus. Und ich sah mir aus, und sie sah mir aus, und sie sah mir aus, und sie sah mir aus. Und sie sah mir aus, also, sie sehen es besser als ich. Untertitelung des ZDF, 2020